sich auf den Kampfuhr Halli Hallöchen bei der Harnes Tod Overwatch Was? So die haben alle Wen nehme ich denn diesmal? Wen nehme ich denn diesmal? Junkrat, wir haben gar keinen Heiler dabei Und kein Tank Ich spiel mal die Anna Komm Die Anna Ah Versuchen wir mal mein Glück Vorher hab ich den Lucio noch gespielt Jetzt, äh, versuchen wir mal einfach mal Hört niemals auf für eure Hählen Hallo Anna hat nichts Fünf Vier Drei Zwei Eins Okay Erobern sie die Heilerische Flagge Aber die Tracer ist auch geil Aber ich kann die nicht spielen Nur ein Kratzer nicht sehen Also nicht so gut Aber ich bin ja auch im Lucio Mal alle durchspielen irgendwann So just for fun, einfach mal alle querbeet Mh Geschützt voraus Vorsicht Geh rein Heilung im Anschluss Geh rein Heilung im Anschluss Pfeif geschützt gesichtet Ist sie tot schon? Ja die Widow steht da in der Ecke Mh Und man hat unsere Und man hat unsere Und man hat unsere Beide Flammen sind Alter Super Ja, gut, das habe ich alleine nicht geschafft mit drei Mann Aufzunehmen mit der Enner Ah Ist natürlich Ja die haben natürlich wieder Die Heilerische Flagge ist wieder in der Basis Sie nehmen den Punkt ein Lisa Finnes Lässe nach mir Ja Der Gegner hat ihre Flagge erobert Mh Punktestand Null Zu eins Die Errüstung Greift zu Oh Keine Sorge Das tut ganz knapp Wer hat die Flagge? Unser Team Und die sind auf dem Weg zu unserer Flagge Nein Drei Stück kamen direkt auf mich zu Ah scheiße, das schaffe ich nicht, die konnte ich mir nicht holen Nein, ich bin tot Ah Ah Ärgerlich Ärgerlich Das gibt's doch nicht Wir haben Reinhardt, das ist gemein und der steht genau da drauf Ja, wegpusten Ja, alleine? Ja Oh ne Ulti ein bisschen schwächt Ich bin Ulti da kriege ich die direkte drin Ja Tja Ich hab dich im Visier Oh Ist das so als ob ich die Ich habe mich noch schlimmer noch erholt Ja, Matchpunkt Eigentlich könnten wir Eigentlich könnten wir Könnten wir eigentlich auch Die sind positiv Ne Die sind da schon wieder alle vorne tot Gegner geschützt direkt voraus Schlafplatziert So Ich mach das jetzt so Und dann komm Erstmal ne Eiswand Oh, ich werd, ich werd, wir werden beschossen Ja Andere Seite ist heute Ah Ich hab ihn aber betäubt Ich hab ihn aber betäubt Sauber Irgendjemand hat ihn getötet während ich ihm im Schlaf Ländchen Äh Oh, meine Ulti ist fertig Und meine auch Ich habe ein Ulti-Mate einsatzbereit Ja, gib die den Cheng oder so Der kann da mehr mit anfangen Nimm schön deine Medizin Ja, ja Dafür bräuchte ich aber erstmal einen hier Boah, ne Leistung verstärkt Dreif an Boah, wir sind Nein Mann Mann Ja, den hab ich getroffen Ah, Vorsicht Schild Barriere aktiviert Sauber, sauber Fee Sauber Ah, Mist, der hat jetzt natürlich Ich hab dem aber ein Dings, der kann jetzt im Augenblick nicht heilen Ja Oh, ich bin bezeugt Ich kann grad nichts machen Ah, nein What nice, wann's da drin ist Geschützt voraus, Vorsicht Das lustige ist, oben, oben ist, oben ist, äh, die Widow, die ist hinter dir Ja, gut War hinter mir Ja, ja, klar, dafür bin ich ja gestorben Weil ich dich geschützt hab Ja, ja, klar, dafür bin ich ja gestorben Oh, Mann Ja, du hattest die Sperrkugel, ne Da drüben ist ein feindliches Geschütz Ich habe mich von Schlimmerem Ah, Mann Der Zielpunkt wird angegriffen Mh Wird er Ja Ah, ja, was soll ich überhaupt noch machen, wenn eh keiner hier spielt Ach, ja Verloren Keiner bleibt hinten Das ist echt, äh Echt traurig Echt traurig Sehr, sehr traurig Sehr, sehr traurig Äh Episch So wird das gemacht Wo war die Fahrer eigentlich die ganze Zeit? In der Luft Ja, in der Luft. Die ganze Zeit in der Luft. Am Fliegen. Ja, das krieg ich nicht hin. Also ich kann hier aber auch nicht spielen, das ist mal. Deren Aufgabe ist es am meisten ja auch eigentlich auf den Punkt zu fliegen und wieder weg zu fliegen. Und die kann das eigentlich mega gut. Ich kann mit der war. Dass ja eh nur ein Übungsmatch ist. Dann kann ich auch mal irgendwie die Fahrer an oder wieder spielen. Die. Äh, okay, jetzt ist kein Übungsmatch mehr. Lass mal gucken, ob sie alle wählen. Bevor ich meine Wahl treffe. Ich bin am überlegen, ob ich die Diva nehme. Weil die ja zwischendurch, ne, diesen wenn du schwebst. Ich glaube, ich nehme mal die Symmetra. Aber ich kann ja immer noch wechseln während des Match. Ich habe nur Diva schon lange nicht mehr gespielt. Die war am Anfang immer mein Lieblingscharakter. Aha. Habe ich gesagt. Wie guck ich schon mal, wie ich gespielt. Wie. Hübsch in Rot. Perfekte Harmonie. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Das war meine chirurgische. Das sind mir die Map irgendwie. Die finde ich so ätzend hier. Was denn? Wird schon los. Wird schon los. Der drei Stück. Einmal der Soldier. Der. Was noch? Dunkred. Na, 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 na. Meine Selbstschussanlage einsatzbereit. Meine Selbstschussanlage wird zerstört. Oh ja. Warte. Ah, Mist, Vorsicht, 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 Vorsicht. Der ist, äh... Ich muss eben im Ice Club gehen. Dunkred. Hm. Oh, und ich komm hier nicht weg. Oh, und ich suche ein He- Healpack. Oh, und dann kann ich von der Seite. Braucht ja nicht mehr. Ich hatte da nur noch einen. Ihr Team hat die Flagge. Selbstschussanlage. Ihr Team hat die Flagge fallen gelassen. Der ist gut. Die gegnerische Flagge ist wieder in der Basis. Teleporter an. Das wird unsere Intifizienz steigern. Hm. Ich habe den Hyper abgehalten. Ich habe dich im Visier. Ach, das wird mir über den Gebrochen in Deutschland. Ah, das ist... Ah, das ist... Ah, das ist... Das ist der Mann, ja, das gibt's ja nicht. Das ist der Mann, ja, das gibt's ja nicht. Das ist der Mann, ja, das gibt's ja nicht. Das ist der Mann, ja, das gibt's ja nicht. Ich... Wie ihr es. Oh. Ich werde meinen Pfad folgen. Ach so, ja, stimmt. Ich habe einen Teleporter hingewostelt. Die Entschlossenheit brennt. Echt? Hm. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Ich versuche jetzt auch gerade so hinzubasteln, meine Sicherheitssysteme, dass du die eigentlich... Ja, schwer kaputt machen kannst. Selbstschussanlage eingerichtet. Ich gebe uns etwas Schutz. Kann er leider nicht mehr, 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 mehr helfen. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Das ist mein System, nach dir. Lass mal eben... ...vielpack tun. Äh, die sind genau da. Mhm. Nein! Ah, du, warum gehst du weg, ey? Geht nicht anders. Ja, super, genau. Auch Heilung. Ja, ich war deswegen am sterben. Das heißt, das ist ja zudem so was schlimm... Ja. Hab ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich werde meinem Pfad folgen. Ah, kannst du doch nicht einfach weggehen. Das haben sie nämlich auch die ganzen Sicherheitsdinger koppelt gemacht. Oh, mein Ulti ist leider noch nicht bereit. Selbstschussanlage einsatzbereit. ... ... Von hinten, ne? Ah. Gut. Musstetleidz aber abhauen, weil... Bist du tot? Ich gebe euch etwas Schutz. Bist, ich bin aber gestorben. Bin noch nicht tot. Ich muss mal eben einen Healpack holen. Oh, die zerstören hier gerade nach und nach unsere Selbstschussansage. Oh, jemand hat meinen Teleporter kaputt gemacht. Das ist natürlich doof. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Oh, von hinten, von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten, von hinten. Ja, ich bin so gerade nach 10 Sekunden. Ja, du wirst ganze Zeit getroffen. Ja, natürlich. Ja, komm, aber trotzdem. Du weißt auch nicht, wo hinten ist, ne? Highlight des Spiels. Ja, der war gut. Der war, glaub ich, von uns. Ja, der war von uns. Ja, der nimmt sich mit Schuss jetzt. Ja. Der war echt gut. Ach, ja. Ein Match heute mal gewinnen, wär, wär sehr schön. Das wär mal schön. Hm. Ankunft beim Lijang Tower. Wo kann man sich denn einschreiben, wenn man ein Match gewinnt? Keine Ahnung. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Und den lieb ich so, den Lijang Tower. Ja. Die map ich am geilsten finde. Mhm. Doch, dieses Potenzial. Oha. Rägen wir los. Ach ja, der Reaper kam rein, soweit der. Oha. 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 Alles klar. Zeig mir, dass du die Mühe wert hast. Oha. Hä? Wo ist denn das? Was denn? Ich hab voll den Bug gestellt, euer Team zusammen. Zehntausend stand da gerade. Oho. Tch. Wen soll ich denn wählen? Wen soll ich denn wählen? Hm. Kann ich denn spielen? Kann ich denn spielen? Kann ich denn spielen? Kann ich denn spielen? Mach doch einfach irgendeinen, ob du spielen kannst oder nicht. Wir machen das aus Spaß. Ich versuche mal den Zenyatta. Der ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Also irgendwie finde ich den voll cool. Das wahre Selbst ist ohne vorn. Genau. Das wahre Selbst. Wie steht's? Hans, 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 Hans. Grüße. Seid gegrüßt. Ich hab das. Fünf. Vier. Drei. Drei. Eins. Erobern Sie die leberische Flagge. Sie hat einen Schiss. Das ist auch schon. Drei. Der ist ein Schuss. Der ist ein Schuss. Für mich! Perfekt. es der Fall auf mich abgesehen Aachen Tod es gibt so nicht bei mir war es der reaper und vor allem lustig war ich habe auf dem gezielten selbst keinen schaden genannt ein unbedeutender rückschlag naja so unbedeutend war der aber nicht hey alles klar grüße gut erledigt ja hammer 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 sauber super auch immer die man schießt auf mich und sie wäre bereit und ein hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir die versuchen mich natürlich zu erledigen nein 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 shit unser tank ist genau genau du musst dir die holen unsere flagge so jetzt mach du bist an den reaper vorbei ne ja super ja ich hab nicht gesehen wo der genau land ist schmerz ist ein hervorragender lehrmeister was mir denn nur gerade komisch vorkam ich hab den reaper echt ein paar mal getroffen und der hat keinen schaden genommen ich bin tot ich bin tot die kommen alle von hinten ich würde mich heilen die kommen alle von draußen ne ja ich sehe schon führt zu vollendung das heißt du wirst jetzt auch tot sein schon die kam jetzt von allen seiten die einen haben mich zugemacht die 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 was finden würde ich denn die teleportation Ah, der Soldier. Unser, äh, Dings ist glaub ich nicht mehr... Ich glaube, unser Punkt ist nicht mehr bewacht. Oder? Bin gleich da. Nein. Ja? Ja, ich bin... Ja. Ja, super. Das ist auch super, den Teleporter da zu setzen. Da frage ich mich manchmal echt, ob die Leute das mit Absicht machen. Alter, man kann doch nicht ja den Teleporter setzen, äh. Zu zweit. Matchpunkt. Ja. Widrigkeiten geben uns Anstoß zur Veränderung. Meine ultimative Fähigkeit ist, wenn wir gerade nicht. Sanitierter. Spürt die heilende Ruhe. Oh, die Ende. Ja, ich hab natürlich den Fall schon wieder erwischt. Die Flub 108-11-2011-2011-2012-2011-2011-2011-2012-2011-2011-2011. Das ist auch eine Phase-ince-chine. ja das gibt es ja nicht schon wieder Ah, komm. Ich hab die... Scheiße. Ich hab den aufgehalten, aber es war keiner da. Ach so. Bei mir wollte er gerade irgendwie nicht mehr schießen. Bei mir wollte er jetzt gerade irgendwie nicht mehr schießen. Naja, ich... Die Flagge lag jetzt auf dem Boden. Schade. Die Flagge lag jetzt echt auf dem Boden. Ja. Weil ich war genau da in der Nähe. Ich bin direkt zum Soldier hin. Habt ihr nämlich gesehen. Wieso ist denn der Highlight? Das ist aber schwer, wenn wir ein Lucio Highlight werden. Danke, Phil. Also irgendwie stimmen hier nicht wirklich viele ab. Guck mal, vier Stimmen. Es ist traurig. So traurig. So traurig. Na ja. Äh, nein. Ich wollte die Match beenden. Äh. Müssen wir jetzt eben gleich, äh, so. Äh, ich... Hä? Match verlassen. So, Escape. Match verlassen als Gruppe. So, zack. Ja, liebe Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge zurück bei der Hahn ist tot oder beim anderen Overwatch Match, beziehungsweise Let's Play oder einem ganz anderen Let's Play. Okay, ich hab die Diva gerade hier im Bild mit japanischen Klängen. Auf meinem Icon ist ein gebratener Fisch lecker. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich mag keinen Fisch. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.